Hey Leute, ich habe leider kein Video von der Bücherei gemacht. Das war so geil. Ja, das war nicht so geil. Also, wie war der BG? Er geht einfach auf Amazon. Nein, er ist auf YouTube und dann gehe ich nochmal auf Amazon. Und dann gibt es da einfach Nervs ein. Da kommt der so Typ und du klickst schnell weg. Und der sagt... Und ich sage so... Nö. Und er sagt... Und er geht einfach auf Amazon. Geil Leute, dann habt viel Spaß mit diesem Video. Höhe auf den Weg. Baby. Alles klar. Dreh halt mal durch. Sollen wir hingehen? Ist leider zu, aber... Und kostet auch ein bisschen Money und keine Badehose, Alter. Leute, wenn ihr wollt, dass wir auch mal bald in den Schwimmbad gehen... Also Leute, wenn wir mal in den Schwimmbad gehen sollen, schreibt es mal in die Kommentare. Dieses Jahr im Sommer. Weil das gab es noch nie auf meinem YouTube-Channel. Das würde, glaube ich, gut ankommen. So, wat von... Wirklich? Ja. So, was? So, wait. So... So... What? Ich komme mal. So... So... Da steht einfach ein Bunker. Da steht einfach ein Bunker. Wir sind auch von Flieger. Das ist auch ein Blinder. Ja, Moin! Ja, klar. Wir müssen jetzt mal fahren, jetzt. Das ist ein Köln, das ist ein Köln. Das Video wird richtig lange dauern, bis es hochkommt. Es wird wahrscheinlich heute Abend so ankommen, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt vier Uhr oder so. Jetzt ist da was mit dir los. Hier sind jetzt noch ein paar Ausschnitte auf dem Weg nach Hause. Viel Spaß. Ja, Leute, ich meine Handy ist gerade so da gestürzt. Ich muss nachher ein neues Panzerglas drauf machen, Alter. Wir wollten nicht sehen, wie man scheiße Kamera aussieht, Alter. Das war Robo-Klera. Ja, Leute, Leute, wer da eben, der Typ da eben, das war der Feuerknaller. Ja. 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 Shit! Hey Leute, noch mal für euch. Morgen kommen drei Teile von einem, der dritte Teil vom Einkauf. Seid gespannt. Ich habe mir schon was Besonderes überlegt. Deswegen morgen ganz früh einschalten. Hey Leute, also morgen kommt Teil drei und danach kommt noch ein Tag, wo wir in die Bücherei fahren. Das sind wir heute schon, aber wir hatten keinen Bock, das aufzunehmen. Deswegen Joel. Leute, das war's für dieses Video. Bye Joel.